Hallihallo, Grinders Gaming hier. Nächste Folge ist Sadovelli. Boah, arg früh dran hier. Ich glaube nicht, dass der schon wach ist. Ich habe geguckt. Wir brauchen, wenn ich richtig geguckt habe, zwei Stück radioaktives Erz. Ja, für alle Crafting-Rezepte. Also es gibt zwei Crafting-Rezepte mit radioaktivem Erz. Das heißt, zwei Ocken davon und wir haben es. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Vielleicht habe ich die Jungs ein wenig zu verwöhnt. Wenig zu verwöhnt. Sie mussten sich nie um die Hausarbeit kümmern. In der Witzzeit. Ich wollte, dass sie ihre Kindheit noch genießen, solange sie können. Naja, Sam ist jetzt aber erwachsen. Ich hoffe, er ist deswegen nicht faul geworden. Das wäre nicht gut. Eltern zu sein ist nicht einfach. Hier ist mein Schwert. Schön, lass uns nochmal kurz einen Kassensturz machen hier. Es ist halt echt nicht mehr viel. Es ist Jazz, Maru, Grobus und Sebastian. Vier Leute. Also drei Leute und ein Schattenmensch. Ja, wir zählen Grobus jetzt mal separat. So, und ich glaube, ich gehe jetzt doch nochmal auf die Farm. Ich will jetzt nicht die anderthalb Stunden vor Harvestür abgammeln, bis der da ist. Wir gehen jetzt nochmal kurz auf die Farm und machen die Tiere und dann gehen wir gleich los. Sonst stehe ich jetzt vor dem Laden. Dann kommen wir später an die Tiere und dann kommen wir in der Mine vielleicht wieder zu nichts. Ja. Ja, ich weiß. Ich habe wieder einen Plan drauf. Das abartig. Wie immer halt. So, wir machen das auch alles mit Pferd. Pferd bleibt hier. So, jetzt werde ich mein Pferd eh gleich vergessen dann. So wie immer. Lass ich es wieder irgendwo random rumstehen. So, lasst mich mal hier rein. Tierchens. Ich muss euch mal eure Mayo klauen. So, das hätten wir erledigt. Das Volksfest ist auch bald, aber ich habe ja meinen Trick 17 schon fertig. Der liegt ja hier drin in der Kiste. In der Kiste da. Ups. Das wollte ich nicht. So, jetzt. Zack, 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 zack. Das ist hier Fließbandarbeit, Massenabfertigung. Wie in der konventionellen Landwirtschaft. Ne, natürlich nicht. Seid ihr wahnsinnig. So was machen wir nicht mit den armen Tieren. Ups. Dann gehen wir raus. Das Pferd stellen wir mal hier hin. Damit ich es hier vergessen kann. Da steht es besser. So. So ein Auto streichelt ist schon was praktisches. Hätte ich mal behauptet. Ich weiß so nicht wie der die Tiere da unten in der Ecke streichelt. Aber er tut seinen Job. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Exquisit ist das. Ich habe Schatten ein mitgenommen. Perfekt. Können wir gerade nochmal rüber wackeln. So. Mensch ins Kinder. Heute läuft es wieder. Ich sage es euch. Das ist eigentlich schon was heute läuft. Ist naß. So. Kann mal gucken aus dem Fenster. Ich glaube der Regen kommt. Ja ich nehme die Folge am gleichen Tag auf wie die vorherige von gestern. Weil ich Zeit habe. Mache ich ja öfter wenn ich Zeit habe. Ist ja auch halb so wild. Äh. Es soll immer noch regnen. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Die Natur kann es gebrauchen. Aber definitiv. Der geht es gerade gar nicht gut. Ist übel. Wir haben hier teilweise auf den Feldwegen Risse. Die sind so groß. Da kann man bald drin umknicken. Und das heißt nur was. Weil der Boden so staubtrocken ist. Ist einfach nur. Ist einfach nur übel. Obwohl wir so ein nasses Frühjahr hatten. Es hat ja echt überall geregnet im Frühjahr. Das war ja nicht mehr schön. Aber ja. Wahrscheinlich gibt es da wieder so ein. Entweder Sturzflut mit Überschwemmung hier. Oder. So halb. Halb fertig. Fünf Minuten und dann ist alles vorbei. Das ist natürlich auch nichts schönes. So. Entschuldigung mein Hals. Wir werden noch verrückt mit dem Hals. Ich sage es euch. So. Ja. Das mit den Böhnchen läuft. Wenn das so weitergeht. Muss ich noch ein paar Sprinkler auspacken. Wir sollten vielleicht mal die erste Fuge. Dann irgendwie Gedenken abzugeben. Oder zu behalten. Aber ich muss auf jeden Fall noch vermehren. So. Ich hätte jetzt die Zelder. Die Felder zählen können. Die Zelder fehlen. Die Zelder fehlen. Die Zelder fehlen. Der Kerl wieder. Ich sage es euch. Ich hätte die Felder zählen können. Dann wüsste ich wie viel Saatgut ich brauche. Und wie viel ich behalten kann. Aber wir haben unten ja noch Platz für Felder. Deswegen machen wir einfach munter weiter. Wir werden jetzt noch eine von den Früchten behalten. Eine werden wir behalten für die Nähmaschine. Die nehmen wir mit ins Haus. Ja. Ich habe übrigens gestern die Preiselbeeren vergessen. Ich habe noch gesagt. Ich will Preiselbeeren mit reinnehmen. Wie viel brauche ich? Vier. Dann nehmen wir acht mit. So. Passt. Nehmen wir auch mit rein ins Haus. Jetzt müssen wir da aber echt bald zu haben. Sonst kann ich wieder keine Energietone hier rumkaufen. Mensch. Ich werde schon mal anpflanzen hier unten. Damit wir rumkommen. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus hier. Das ist glaube ich eine sehr gute Ausbeute, wenn die Felder werden. Ich glaube, das ist auch eine gute Menge an Feldern, um Quiebohnen zu züchten. Horstmann Friedger. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Sonst wird das nichts. Du Held. So. Ätzelä. Ätzelä. Ja, ab jetzt werden wir Felder zählen und alles, was Überschuss ist, wird behalten für Verkauf. Weil wenn ich jetzt noch mehr hier hin pflanze, dann pflanze ich, pflanze ich, pflanze ich, pflanze ich und pflanze ich und pflanze ich noch mehr. Eins fehlt. Und dann pflanze ich, bis ich umfalle und habe erst nichts erreicht mit Quiefrüchte abgeben und so. Deswegen lassen wir das gut sein. Das sind genug Felder, glaube ich. So, zack. Die lassen wir auch mal hier auf Lager. Jetzt holen wir hier noch das Golderz raus. Dann schmeißen wir alles in die Kiste und dann müssen wir echt los. Wenigstens hat Jody ihr Geschenk. Jody ist fertig. Jetzt habe ich die Preiselbären hier mit reingeschossen. Mensch, hins Kind und dann mal der Kerle. Mein Pferd habe ich auch da unten vergessen. Das muss ich auch noch holen. Ich habe es genau gewusst. Ich habe es genau gewusst. Zum Mäusemelken mit mir. Unglaublich. Ja, die Kühe schreien auch schon. Die wissen auch, was ich für ein Spezi ich bin. Tut mir leid, Mensch. Ich kann nichts dafür. War schon immer so. Äh, stopp. Lehm habe ich noch. Lehm habe ich. Das, ups. Äh, nein. Gemischte Saat behalten wir nicht. Tschüss. Gut. Jetzt geht es los. Also fast. Ich muss noch schnell in den Kühlschrank. So, mit den Preiselbären. Zack. Und die Frucht schmeiße ich auch mal da dazu, damit ich wieder dran denke. Preiselbären kommen von der Liste. Perfekt. Jetzt haben wir noch Süßkartoffeln und Kürbis. Und dann fehlt halt echt nicht mehr viel. Ich glaube nur noch die Winterwurzel. Und der Tintenfisch, glaube ich. Doch, der Tintenfisch fehlt da noch. Aber sonst haben wir alles. Ja, das geht echt ruckzuck, Mensch. Holla, die Waldfee. Hätte ich gesagt. Damit die auch mal wieder erwähnt wurde. Die arme Holla, die darf man nicht vergessen. Die alte Waldfee. So, jetzt hoffe ich echt, dass da was geht in der Bude. Bitte. Brauchst du den Arzt? In anderen Teilen der Welt ist es gerade Frühling. Stell dir das mal vor. Ich will nicht wissen, ob Frühling ist. Ich möchte Energietonikum kaufen, gute Frau. Ist das... Oh, wow, was, Manfred? Das haut mich um. Ja, darf ich einkaufen bei dir? Ach man, come on, man. Ist das nervig. Wann kann man denn bei denen einkaufen? Nie, oder was? Da muss ich jetzt mit dem Zeug über die Runden kommen, da drin. Ist das eklig. Ja, dann nehmen wir halt vom würzigen Aal. Ärgerliche Sache. Was ist bei denen los? Wollen die keinen Gewinn machen, oder was? Und wie kann es sein, dass ich einmal Glück hatte, dass ich da pünktlich ankomme? Das passiert mir sonst auch nicht. Mensch. Mensch ist Kinder. Ich glaube, der spinnt. So. Triple Espresso in Kopf. Würziger Aal in Kopf. So, zack, zack. Ziemlich zügig. Gehen wir mal auf 30 rein. Oh nö, wir gehen nicht auf 30 rein. Wir gehen auf 40 rein. Nein. Wir gehen auf 50 rein. Ist das besser? Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht wirklich. Ich mag die Spinnen nicht. Wir gehen auf 60 rein. Es ist immer noch so doof, oder? Ja, klasse. Ja, da gehen wir jetzt. Wir bleiben drin. Das Problem ist halt, dass hier so viel Larifari Zeug rumliegt. Bomben habe ich auch fast keine mehr. Oh no. Gut. Kommando zurück. Stopp. Wir gehen gerade noch Bomben kaufen. So, du bist kein Skorpion der Schattenmenschen, oder? Ich wollte Skorpion sagen. Du bist kein Skorpion der Schattenmenschen. Ich behalte dich im Auge. Das sagt er, nachdem wir Best Friends geworden sind. Äh, hallo? Bin ich doof? Ah, jetzt geht's. Falsche Taste benutzt. Klasse. Schön. Damit das auch mal geklärt wäre. So, jetzt gehen wir da rein auf Ebene 70. Perfekt. Genau das, was ich wollte. Zu Glück habe ich mir gemerkt... Oh. Auf welche Ebene wir müssen. Geh mal her, das Zeug. Ja, liebe Leute. Dann wäre die Folge für heute beendet. Wir haben unser radioaktives Erz gefunden. Ist doch schön. Was will er mehr? Es läuft. Hier am Schnürchen. Ups. Magier. Hör mal auf. Junge, Junge. Hör doch auf, du. Knilch. Ne, wir suchen jetzt noch, äh... Quibon. Dafür sind wir ja eigentlich hier. Da hinten ist doch mehr radioaktives Erz. Was ist denn mit mir los heute? Warum habe ich so ein Glück? Na komm, lasst ihr mich doch bitte in Ruhe. Ich will nicht mit euch spielen. Doofe Fledermäuse. Wo ist denn das Erz hin? Habe ich schon eingesackt. Sechs Stück habe ich. Ja gut, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Oh man. Totenköpfe habe ich auch gern. Ich bin ein gebranntes Kind von dieser komischen, äh, dieses Dungeon da beim, beim Steinbruch, wo man die Dingenskirchens holt. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, helft mir. Ich habe es vergessen. Die goldene Sense. So, danke. Vielen Dank. Vielen Dank für eure, für euren Beistand. In diesen schwierigen Zeiten, in denen meine Stimme wieder... Okay. Soll ich jetzt auch noch gleich irgendwo wieder eine Prismascherbe finden, oder was? Erst gehe ich hier tagelang rein und finde nichts und jetzt... Hallo? Also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber das ist schon wieder, das ist schon wieder, äh, ganz speziell, was hier abgeht. Holla die Waldfee. So, da hinten ist nochmal. Da, äh, hä? Ich weiß... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sag am besten nix. Erstmal habe ich mir mega einen abgekrebst, ja, das Zeug zu finden, um mir diesen einen radioaktiven Barren zu machen. Und jetzt habe ich 13 Erz. Radioaktives Erz. Und weiß nicht, wohin damit. Das ist zu viel. Also wir nehmen es natürlich dankend an, aber ist trotzdem ein bisschen komisch. Das ist kein Zufall. Das ist sicher Cheaterei. Der hat doch sicher irgendwelche Hacks aktiviert, der Kerl. Oder ich habe einfach einen Glückstag. Ich habe kein Fernsehen geguckt. Habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gemacht. Oh, Mann. So. Da ist nochmal. Hallo? Wo sind wir denn hier gelandet? Wollt ihr mich komplett veräppeln? Ich finde keine Bohnen, aber dafür radioaktives Erz. 16. 16 Stück. Ich habe echt keine Ahnung, was ich sagen soll. Noch mehr? Nicht. Boden könnte ich noch brauchen. Falls irgendjemand... Der hat mich festgefroren. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Frechheit. So, falls hier noch irgendjemand Boden droppen will, soll das bitte jetzt dann tun. Ich habe bald keine Zeit mehr. Die Ausbeute an Boden ist nicht wirklich gut. Oh, nehme ich mit? So, schauen wir mal. Blöde Fledermaus. Lass mich in Ruhe. Oh, ich will nichts kaufen. Oh Gott. Der will wieder rumzaubern hier. So, Abfahrt. Fünf Bohnen ist halt echt nicht viel, Mensch. Da muss doch noch was gehen. Ich habe schon wesentlich mehr gefunden wie das. Oh, wie ist das? Mach langsam, du. Ich habe aber auch schon wesentlich weniger gefunden wie das. Also von dem her. Wir haben ja noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Vielleicht kriegen wir ja noch was gebacken. Oh Gott. Ja, hier sind wir wieder auf einer sehr schönen Ebene auf jeden Fall. Drei gefrorene Tränen und ein Böhnchen. Schön. Und radioaktives Erz. Hör doch auf, was ist denn in diesem Spiel los? Das wird hier schon fast langweilig, so viel Erz wie hier rumliegt. Oh nö. Oh Gott. Trinken, trinken. Und weg. Lasst mich mal durch hier. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für eure Spielereien. Ich muss Bohnen sammeln. Perfekt. Hier unten auch noch ein Böhmchen. Ich habe 23 radioaktives Erz. Und ich hatte noch die Befürchtung, bei meinem bisherigen Glück mit radioaktivem Erz, dass wir heute nicht fertig werden mit den zwei Erzstückchen. Ja, und dann sowas. Da ist noch mehr. Also ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Oh Gott. Ich muss hier ganz schnell weg. Geh mal das Erz. Tschüss. Geh mal. Geh weg. Geh weg, geht weg, geht weg. Ich mag euch nicht. Nee, nee, nee. Weg mit euch. Böhmchen nehme ich mit. Hallo? Da ist noch mehr Erz. Spinnt das Spiel komplett oder was? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Waghalsige Action. Ich sag's euch. Übel. Tschüss. Menschen, Kinder. Jetzt müssen wir aber gleich heim. Oh, da ist noch ein Böhnchen. Nehmen wir mit. Schön. Ja, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen nach Hause. So. Perfekt. Schön. Miene verlassen. Perfekto. 23 Uhr, das reicht noch gut zum Anpflanzen. Radioaktives Erz haben wir auch. Muss dann alles nur irgendwo in eine Kiste reingeschmissen werden, in der es nicht irgendwie zu radioaktivem Abfall erklärt wird und von der Bundesregierung irgendwo in der Nähe der Schweiz verbuddelt wird, wo es keiner haben will. Ja, das klang jetzt ganz speziell, weil das nämlich so ist. Ich weiß nur nicht, ob das noch aktuell ist, da haben sie mal irgendwo drüber verhandelt. Aber dann wollten es die Schweizer nicht, weil die Schweizer gesagt haben, so, da geht's noch, ihr könnt uns das Zeug nicht vor die Haustür kippen. Finde ich persönlich auch ziemlich bescheiden, ne? Wollte ich jetzt eigentlich auch nicht haben. Aber die Frage ist, wo packt man es dann hin, weil das will einfach keiner haben, das Zeug. Schwierig. So. Am besten hätten wir gar nicht damit angefangen, da müsste man uns jetzt auch nicht überlegen, wo wir es hinbringen. Aber bringt nichts, wenn ich mich darüber aufrege oder darüber spekuliere. Also ich habe ja gar keine Felder mehr frei. Oh. Ja, dann behalten wir die Bohnen mal. So. Jetzt habe ich schon 19 Stück. Schön. Jetzt gehen wir ins Bett. Ja, es läuft mit den Böhnchen. Es läuft. Ab in die Haier. Und dann schauen wir mal, was wir morgen machen. Katze da, Frau da. Dann hätte ich gesagt, Gutsnächle. Perfekt. Joanes Geburtstag. Bohnen gefunden. Radiaktives Erz gefunden. 20.161 Gold gemacht. Sehr geile Sache. Kann man nicht, kann man sich nicht beklagen. Perfekt. Aber jetzt müssen wir echt anfangen, diese Quiefrüchte auch zu sammeln. So. Liebe Leute. Was haben wir denn? Morgen hat Abigail Geburtstag. Aber Abigail braucht nichts mehr, ne? Ich habe ja geguckt. Eigentlich braucht echt niemand was außer Jazz. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall vor die Tür. Ich werde euch verlassen. Oh, morgen ist auf jeden Fall Hofarbeit angesagt. Ich glaube, morgen ist Hofarbeit angesagt. Da kommen wir nicht zu viel. Aber wir können dann auf dem Hof bleiben und das mit dem Bohnen machen. Auf jeden Fall. Das ist auch nicht verkehrt, liebe Leute. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Wie gesagt, nächste Folge Hofarbeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für unseren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilsten Menschen, die es gibt. Ich hoffe, ihr bleibt so geil oder werdet noch geiler. Einfach jeden Tag ein Ticken geiler werden. Das würde mich megamäßig freuen. Wenn ihr wollt, schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Wenn nicht, hören wir uns in der nächsten Folge Stato Valley. Wie gesagt, ich bin raus. Geile Zeit noch. Ciao, ciao.